ist irgendwie ein bisschen komisch hier weihnachtslieder zu pfeifen an so einem warmen sommerabend aber was soll man da machen ich kann heute leider nicht in der halle sein da ich eben diesen berge hochlaufen musste ich will auch nicht schon so ein altes schlachtross werden so wie der olle zum beispiel ich wollte euch nur allen hallo sagen euch frohe weihnachten wünschen und morgen früh in so ein paar stunden wenn ich aufwache dann werde ich mich gleich umdrehen ich werde mein handy in die hand nehmen und ich werde da bei euch rein gucken und da hoffe ich dass ihr schon die flensburger platt gemacht habt na jungs also haut rein hopp hopp und ich wollte euch auch nur sagen allen das wo auch immer ich habe diese welt bin ich denke an euch und ich für mich euch sehr